glück auf und herzlich willkommen hier auf meinem kanal SSZ 76 ich bin der Sascha ja jetzt wie ihr gemerkt habt zwei tage verspätet wegen unserer gewinnauslosung noch mal der eigentliche gewinn hat sich leider nicht gemeldet von daher hatte ich ja gesagt dann werden wir das Trikot noch mal ausspielen oder wie Fußball Expertinho sagt spannender als jeder Eurojackpot dem kann ich vielleicht nur zustimmen hoffe dass jetzt jetzt den richtigen trifft ich wünsche euch viel Glück und dann würde ich mal sagen gehen wir direkt rein und schauen wir mal wer der glückliche Gewinner oder wer die glückliche Gewinnerin ist auf geht's so also diesmal ich habe alles schon eingegeben soweit das Gewinner Video Filter Duplicate Users dann haben wir die Daten natürlich von bis und ja der vorige Gewinner den schließe ich mal jetzt aus nicht dass er auf einmal wieder gezogen wird und ja wir haben wieder unser Wheel da ist es mache ich mal ganz groß diesmal auch und ja dann legen wir mal los wer jetzt das Trikot gewinnt und gewonnen hat in dem Fall Andreas 31 45 ja Andreas herzlichen Glückwunsch zum Trikot dann melde dich am besten schnellstmöglich bei mir und dann können wir gucken wie wir das machen zwecksübergabe oder wie auch immer je nachdem ob du VfL Fan bist oder Fan von einem anderen Verein ja melde dich auf jeden Fall auf jeden Fall vielen Dank dass alle mitgemacht haben nochmal und ja dann würde ich sagen sehen wir uns dann nächste Woche Sonntag wieder beim Stadion Vlog und sag mal schon mal bis dahin und ciao ciao und ja dann